Am Flughafen wurde ich schon sehr freundlich empfangen. Der Fahrer war sehr freundlich und das war überhaupt kein Problem. Ich hatte schon Angst, ich würde ihn nicht finden, aber er hätte mich gefunden. Und hier in der Klinik die Ankunft, mein erster Eindruck war total hygienisch, sehr sauber. Da könnte sich manche Klinik in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Also erstmal, dass man sofort über Schuhe anziehen muss, finde ich sehr gut. Jeder Patient wird dazu aufgefordert, die Hände zu desinfizieren. Die Spender gibt es auch bei uns, aber es bleibt jedem selbst überlassen, ob er sie nutzt oder nicht. Und ja, wie gesagt, ich bin begeistert von der Klinik hier. Ich bin begeistert von der Klinik hier.